so zurück so wird vorstellt ist da heute ist der neue tag zum letzten wo warst du die woche ich war ihn die Niederlande ich hatte Ferien bis dir er müsste auch mal holen er hat auch wieder da die beiden wir drei gegen dich mehr die und gegen schrägern aber die heißt ja mal wieder er tut es hat sein zweites Profil die Osterseer sehen ganz nett außen die ein ich brauche ich halte er will hier gibt es wirklichen Chancen es hat eigentlich irgendwo zuhause ich bin Schoko Haasen und an den Wuppies hier so schwer es kann ja ich bin ja auch hier dann nicht da kommt jemand Nein! Scheiße, da kam er einfach da um die Ecke. Hey, ich wollte sich ja nicht töten. Komm mal, ein Geheimgang. Hat Schreiber jetzt bestimmt schon für mich aufgemacht. Ja, da ist ein Geheimgang. Warte, ich gehe zu euch da rüber. Dam, dam, dam. Um. Rot. Da hinten ist irgendwo Schreiber. Da hinten. Ja, aber ich hab was. Ich bin nur in dem Geheimgang, der bei eurem Hasen direkt da ist. Von zu dir. Direkt aber mal hinten. Durch den Ausgang rausgeht er es ja unten so eine Leitung. Okay, vielleicht ist es so ein anderer Geheimgang mit dem Mann. Wie dem auch sein. Ich sehe hier nichts. Schreibern. Da. Zu spätig von Schreiberstücken. Ja, ich bin direkt unter dir. Übermorgen. Übermorgen. Neu. Neu. Von heute ist es übermorgen. Ja, ihr... Ihr braucht keine Mathematik. Ihr seht, das Video jetzt gerade ist gut. Oh, ja, IP-Klänik grüßt euch. Ich muss auch mein Abo spezial machen. Das heißt, ihr seht, dass vielleicht jetzt danach auch bald... Ja, aber mir bitte auch nichts. Mal runter. Neu. April. April. Heute haben wir nicht mal. Kommt jetzt mal runter in den Geheimgang? Welche Geheimgang? Ja, direkt bei eurem Hasen unten. Nein, wenn du hinten rausgehst, gibt's auch noch Sonderwünsche. Hey. Ich bin nur hinten bei eurem Hasen rausgehst. Ich dachte, wir machen es spannender. Warte, welche Folge ist das? Warte, ich muss gerade nachdenken. Ist das jetzt Folge 51 oder? Ich glaube, 51. Na, komm. 52, 50, 51. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Folge 50. Ich bin mir nicht sicher. Nein, 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 nein. Jetzt gucke ich mich ja erstmal um. Nee, bis bei 49. Ja, dann muss es Folge 51 sein. Gerade eben habe ich ja auch aufgenommen. Ey, so. Nein. Ja, was denkt der denn sich wohl? Irgendwo hier ist er wohl. Der Jogi Bär. Oh, den habe ich nicht mehr kriegen können. Oh, nee, das heißt, da ist Jogi. Also 50. Hier an den Seiten kannst du auch runter, ne? Warte, von der letzten Folge. Jetzt bin ich gestorben. Ich geh zumal um auf den Träger drauf. Wetten, das ist Folge 51. Weißt du, was mich das ein Scheiß interessiert? Es interessiert mich erst, wenn wir mal ein paar hunderte Videos haben. Naja, von Minecraft kommen wir bald schon so schnell drauf. Aber Minecraft müssen wir auch erstmal schnell weiter das Pläne, wenn der Luki jetzt wiederkommt. Der Luki hat ja jetzt Ferien und das heißt, also ich hatte auch Ferien, aber trotzdem. Ich bin jetzt direkt an meinen Breakfast anmachen und der Luki ist immer noch nicht da. Das heißt, erst wenn der Luki da dabei ist, dann machen wir auch weiter Minecraft. Schreuholz. Dann machen wir das erstmal weiter Minecraft. Auf der F-Taste kann ich auch noch die anderen Halterin nehmen. Okay, meine Karte, die sieht gut aus. Ah, da fehlt noch ein Double Kill, damit es besser ist. Oh, da kommt jemand und schießt mich ab. Steuholz, den habe ich noch gekriegt. War den da nicht. Den Yogi, ja. Ich nenne einfach Yogi statt Yigi. Das hört sich irgendwie nicht deutsch an. Und, äh, war ich die Wopies? Ja, davon habe ich nur auch die Sprechen mal. Tralalala, wo seht ihr? Immer wenn ich hier vorne bin, werde ich abgeschossen. Seht ihr? Jedes Mal, wenn ich hier bin, werde ich abgeschossen. 100,5. Wir spawnen ja hier, wenn man gucken will, der sterben will. Das will ich nicht mal den Doppelkentern. Noch hier mit der Sterbeste Streicher, als... Halder, Halder. So. Wer will noch sterben? Sieht nicht aus, die Uhr. Hey, geh hier oben. Oh! Wie bist du aufgekommen? Ich will einfach mal nach irgendwo nach oben. Verdammtes Bräder, nein. Okay, okay, du willst also... Nein. Wo ist er? Scheiße. Nee, weg, weg. Äh, wer hat hier die Blendkanaten? Ich. Ah, du fett, sagst du. Weg ist er, einfach. Scheiße. Weg ist er. Das gibt... Oh, jetzt bist du voll gearscht, weil das ist... Es ist nicht was wir. Ach, ich hab auch ne Pistole. Scheiße. Ja, aber wenn es ist, bist du jetzt hier unten bei uns. Von wem ist nochmal die Map? Das weiß ich jetzt nicht. Mir fällt gerade ein, ich brauch schwere Kills. Muss ich gleich mal meine schwere Waffe zücken. Äh. Verdammt, ich brauch den Double Kill. Wenigstens ein Kill mal wieder. Eigentlich drei hat er was zu tun. Junge, du verli... Dir ist kein Schild, ja. Passiert. Hey, nicht... Nicht wegschieben. No! 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 Ach so, schreit, das hat mich nicht gemeint. Ja, dann ist ja alles tippie-toppie. Wurde gar nicht, dass man hier rauskommt. Ach, da ist der Weg nach oben. Äh. Seid jetzt dick geworden, oder was? Ich hab Durst. Kinder, wo seid ihr? Juhu. Hier kann man sich aber gut verstecken. Nimm, Mr. Tokas. Na, Mehdi, äh. Mehdi, äh. Meinti, äh. Meinti, äh. Meinti, äh. Das nicht, den Kill, den ich brauchte. Komm her. Nein, stirbt doch. Mehr braucht. Ich wollte, äh, oh, das kriegst du zurück. Au. Mann. Hä, fällt heute die ganze Zeit rein. Heute ist der 1. April, deswegen, aber... Bei euch ist heute schon der 3. oder 4. April. Trotz alledem. Heute könnte bei euch sogar der 1. Mai sein, meineswegen. Komm, wo willst du raus? Gestorben. Juhu. Scheiße, scheiße. Au. Jetzt hab ich mich selber geschadet. Ich wollte Schreihals da oben mal abwerfen. Schreihals. Juhu. Oder auch nichts. Ja, aber ich hab jetzt noch eine Enkel K.O. mehr. Okay, komm, wir zücken die schwere Waffe, die ich hier brauche. Und wir haben sogar Raketen dabei. Boah, ey, ich werde abgelenkt. Machen wir das Play, oder ist das nur ein April-Scherz? Und dann wieder gekillt. Wir machen das Play, wir machen das Play, wirklich, April-April. Da ist so, da soll einfach mal auf YouTube gucken, da sieht das doch. Ja, okay, aber erst übermorgen. Schrei, als du hast mir mein Leben ruiniert. Ne, die Waffe ist nicht so gut. Die Ordnung ist besser. Dieser blöde Jigi. Das ist eigentlich, äh. Let's play. Let's play, let's play, let's play. Oh! Meine Güte. Ja, es darf doch nicht wahr sein. Wieso muss man auch im Hasensbohrn, da kriegt man Hunger auf Lindt, Schokoladenhasen. Immer, wenn Ostern ist. Gestern ist Jesus da auferstanden. Am Ende, das war vorgestern. Du, ja auch. Vor 2013 Jahren. Du, ja auch. Na, warte, das ist gar nicht genau 2013 Jahre her. Kommt drauf an, wie alt ist. Mura, ich bin der erste Mura, ich hab Schrei, halt. Das dumm, der Typ. Wie jung, du riechst mich gerade auf. Gehst du, sterben. Okay, scheiß auf die KD, komm, wir haben einfach Spaß dran. Du auch. Hipp-Hop, du auch. Double Kill. Ich hab mich sogar selbst damit gekillt. Du, noob. Ey, immer noch besser als das, dass ich dich leben ließe. Und tschüss. Auch du. Na, wer ist da hinten? Wuhu. Tschüss. Wir werden noch sterben. Oh, du sterben. Junge, halt dein Maul. Kommt ihr da einfach so. Wo kommt die alle her? Da gibt's ein Loch, wie wir durchkommen. Darf ich mal? Fetten Kinder wollen durch. Dankeschön. Wir schießen da. Dankeschön. Da, da ist die Treppe, in die ich will. Wuhu. Sehr schlecht. Hört man das vielleicht gerade? Nee, manchmal hört man das so. Attacke, Attacke, Attacke. Die haben alle Spongebobstumme. Meinst du das? Das, bei dir höre ich das nicht. Ich bin nicht in deinem Team. Ey, Lele. Ja. Du bist so ein Alter, ey. Ich bin so ein Alter. Ey, Hezer. Die Map ist schön, ja, aber ich will nicht so viele Maps haben, denn so übertrieben muss die Map auch nicht sein. Also, sie ist schön, ja, aber drunter muss ich sie jetzt nicht. Nett ist sie. Schreils ist auch wieder mal am Hüpfen. Tschüsschen.